Hochzeit auf den ersten Blick feiert das große Jubiläum. Happy Birthday. Jetzt ist es Zeit zu feiern. Zehn Jahre Hochzeit auf den ersten Blick. Und diese Party kann sich sehen lassen. Seit zehn Jahren. Kommen Sie mit hinter die Kulissen. Diese Einblicke gab es so noch nie. Die Wedding Plannerin steht bei uns natürlich vor einer besonderen Herausforderung. In diesem Jahr steht das gesamte Team vor einer der größten Belastungsproben aller Zeiten. Gerade sollte es losgehen. Was passiert? Es blitzt, es donnert, es regnet. Das gab es noch nie. Also wir haben jetzt Drehabbruch. Und wie geht es dem Traumpaar Ramona und Stefan heute? Ja. Ja. Wenn mir das vor sieben Jahren jemand gesagt hätte, dass das so kommen wird, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht geglaubt. Außerdem Michaela und Oliver und ihre privaten Zukunftspläne. Das ist schon lange kein Experiment mehr von uns. Ja, aus Wissenschaft mit Liebe. Ja. Der Knaller. Sehen Sie hier exklusiv die ersten Minuten der neuen Staffel und fiebern Sie mit. Lernen Sie schon jetzt die neuen Singles kennen. Wer wird dieses Jahr eine völlig unbekannte Person heiraten? Spektakuläre und überraschende Momente garantiert. Am Ende geht es hoch hinaus zur glanzvollen Reunion-Party. Hier kommen zehn Jahre Hochzeit auf den ersten Blick zusammen. Für mich fühlt sich das Treffen an ja schon wie ein Familientreffen. Die Stimmung ist grandios. Alle feiern, alle verstehen sich. Mit so unterschiedlichen Verläufen und Geschichten im Gebäck. Wir freuen uns total über die ganzen Freundschaften, die zwischen Ihnen über die Jahre hinweg entstanden sind. Lassen Sie uns anstoßen auf zehn Jahre Hochzeit auf den ersten Blick. Gute Laune, gute Gespräche und ganz viel Liebe. Und natürlich mit den besten Musik-Acts, die Jubiläumsparty. Seien Sie unser Gast und feiern Sie mit uns zehn Jahre Hochzeit auf den ersten Blick. Ich bin euch alle so tapfer, dass ihr euch getraut habt. Ich würde das echt niemals machen. Los geht's. Sendung verpasst? Gar kein Problem. Jetzt kostenlos auf Join nachschauen. Kostenlos? Hier. Habt ihr Lust auf mehr Videos? Dann klickt hier. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal und klickt dort.